Liebe ist ein Kobold, Liebe ist ein Teufel, es gibt keinen böseren Engel als die Liebe. William Shakespeare Der heutige Fall wird mal wieder ein ziemliches Brett. Wir werden nach Japan reisen und Sada Abe kennenlernen. Eine Frau, die ihren Geliebten während des Liebesspiel strangulierte und, naja, seine Genitalien als liebevolles Andenken an ihn drei Tage in ihrer Handtasche mit sich führte und noch mehr damit tat. Ihre Geschichte wurde in Japan zu einer nationalen Sensation und wurde seither von Künstlern, Philosophen, Romanautoren und Filmemachern aufgegriffen und interpretiert. Lasst uns in diesen verstörenden Fall eintauchen. Sada Abe wurde am 28. Mai 1905 im Tokioter Stadtteil Kanda geboren. Sie war das siebte von acht Kindern von Abe, Shigeyoshi und Katsu. Ihre Familie gehörte der mittleren Oberschicht an und waren Tatami-Mattenhersteller. Von den acht Kindern erreichten jedoch nur vier das Erwachsenenalter. Sada war von ihnen die Jüngste. Ihr Vater Shigeyoshi stammte ursprünglich aus der Präfektur Chiba und wurde von der Abe-Familie adoptiert, um im Geschäft zu helfen, das er später auch erbte. Zum Zeitpunkt von Sadas Geburt war er 52 Jahre alt. Die Mutter Katsu soll vernaht in ihr jüngstes Kind gewesen sein. Und Sada soll tun und lassen haben können, was sie wollte. Die Mutter soll sie sogar dazu ermutigt haben, Unterricht im Singen und Spielen der Shamisen zu nehmen. Zur damaligen Zeit waren das jedoch Tätigkeiten, die eng mit Geisha und Prostituierten verbunden waren und nichts mit klassischen künstlerischen Bemühungen zu tun hatten. Hatte man als Geisha Erfolg, wurde man gefeiert und galt als Berühmtheit. Viele aber scheiterten auf diesem Weg und glitten ab in die Prostitution. Sada selbst folgte wohl dem Traum, eine erfolgreiche Geisha zu werden. Für die Lektionen im Singen und im Shamisen-Spielen schwänzte sie auch die Schule und soll auch das typische, unverkennbare Make-up getragen haben. Negatives über die Eltern konnte ich im Wesentlichen nicht in Erfahrung bringen. Zumindest war nichts von Gewalt oder Ähnlichem zu lesen. Wie also Sada und ihre Geschwister ihre frühe Kindheit verbracht hatten, davon kann ich nicht wirklich etwas berichten. Fest steht aber, sie und ihre Geschwister wurden älter und die familiären Probleme nahmen zu. Zunächst machten jedoch ihre Schwester Teruko und ihr Bruder Shintaro Probleme. Der Bruder galt als Frauenheld und nachdem er doch geheiratet hatte, soll er mit einigem Geld der Eltern davongelaufen sein. Die Schwester Teruko soll mehrere Geliebte gehabt haben, weswegen ihr Vater sie zur Arbeit in ein Bordell schickte. Eine zu der Zeit nicht unübliche Strafe für promiskutive Frauen. Ihr Vater holte sie jedoch bald wieder zurück und anders wie zu jener Zeit in der westlichen Welt üblich, stellte die weibliche sexuelle Promiskuität kein Hindernis für eine Eheschließung dar und so heiratete Teruko bald. Als die familiären Probleme um die beiden Geschwister immer stärker wurden, wurde Sada immer öfter alleine aus dem Haus geschickt, wo sie sich schließlich mit ebenso unabhängigen Jugendlichen traf. Im Alter von 15 Jahren wurde Sada jedoch bei einem ihrer Ausflüge von einem ihrer Bekannten vergewaltigt. Ihre Eltern standen hinter ihr, verteidigten und unterstützten sie, aber natürlich hinterließ das tiefe Narben und sie entwickelte sich zu einem sehr schwierigen Teenager. Sada wurde immer verantwortungsloser und unkontrollierbarer und so wurde sie im Jahre 1922 von ihren Eltern an ein Geisha-Haus in Yokohama verkauft, in der Hoffnung, dass sie dort ihren Platz im Leben finden würde. Teruko, ihre Schwester, sagte später aus, dass Sada es selbst gewünscht hätte, eine Geisha zu werden, aber Sada selbst gab an, dass ihr Vater sie zur Strafe für ihre Promiskuität dazu gemacht hätte. Wie ich aber bereits erwähnt habe, bewunderte Sada durchaus die erfolgreichen Geishas, aber nur wenige Frauen schafften es bis ganz nach oben. Das musste auch sie am eigenen Leib erfahren. Eine Star-Geisha zu werden, verlangte von Kindesbein an eine jahrelange Ausbildung in Kunst und Musik. Sada hatte zwar Unterricht, aber bei weitem nicht genug. Sie wurde nur eine niedrige Geisha, deren Hauptaufgabe darin bestand, Geschlechtsverkehr auszuüben. Fünf Jahre lang arbeitete sie in diesem Metier, bis sie sich mit Syphilis ansteckte. Das bedeutete, dass sie sich nun ebenso wie die lizenzierten Prostituierten regelmäßig eine Untersuchung unterziehen lassen musste. Deshalb entschied sie sich, in aus ihrer Sicht besser bezahlten Beruf zu wechseln. Sada ging nach Osaka und begann dort im bekannten Tobita-Rotlich-Bezirk als Prostituierte zu arbeiten. Doch sie sorgte dort für einigen Ärger, denn sie soll Geld von ihren Klienten gestohlen haben und mehrmals versucht haben, das Bordell zu verlassen. Sie wurde jedoch jedes Mal von dem gut organisierten, legalen Prostitutionssystem aufgespürt. Nach zwei Jahren gelang ihr jedoch die Flucht und sie fing an, als Kellnerin zu arbeiten. Da sie jedoch unzufrieden war mit dem, was sie verdiente, fing sie 1932 an, wieder als Prostituierte zu arbeiten, diesmal jedoch unlizenziert. Als ihre Mutter im Januar 1933 starb, reiste sie zu ihrer Beerdigung zurück nach Tokio. Auch dort ging sie der Prostitution nach. Ein Jahr später, im Januar 1934, wurde auch ihr Vater sterbenskrank und sie pflegte ihn zehn Tage lang bis zu seinem Tode. Im Oktober 1934 wurden Sada und weitere Frauen nach einer Polizeidurchsuchung in dem unlizenzierten Bordell, in dem sie arbeiteten, verhaftet. Kasahara Kinosuke, ein guter Freund des Bordellbesitzers und einflussreicher Lobbyist der Partei Seiyukai sorgte für die Freilassung der Frauen. Er fühlte sich zu Sada hingezogen und so wurde sie seine Geliebte. Er versorgte sie nicht nur mit Geld, sondern stellte ihr im Dezember 1934 sogar ein Haus zur Verfügung. Später sagte er unter Eid aus, dass Sada in sexueller Hinsicht eine sehr aktive Frau gewesen sei. Sie habe selbst ihm, der durchaus viel Erfahrung hatte, erstaunt. Sie sei nicht zufrieden gewesen, bis sie es zwei-, drei- oder viermal in der Nacht getan hätten. Auch hätte sie darauf bestanden, dass er die ganze Nacht ihren Intimbereich berührte. Für ihn sei das anfangs großartig gewesen, nach ein paar Wochen jedoch sei er etwas erschöpft gewesen. Als Sada schließlich verlangte, dass er seine Frau verlassen solle, um sie zu heiraten, weigerte er sich. Hierauf bat sie ihn, sich einen Geliebten suchen zu dürfen, was er ebenfalls ablehnte. Daraufhin endete ihre Beziehung und Sada ging im Jahre 1935 nach Nagoya. Dort versuchte sie erneut, mit Kellnern der Prostitution zu entkommen. Sie begann schließlich eine Beziehung mit einem Kunden des Restaurants, in dem sie arbeitete, Omiya Goro, ein Professor und Bankier mit politischen Ambitionen. Doch da ihr Arbeitgeber eine Beziehung mit einem Kunden nicht erlauben würde, verließ Sada Nagoya wieder und zog zurück nach Tokio. Omiya besuchte Sada dort immer wieder und als er von ihrer Syphilis-Erkrankung erfuhr, bezahlte er ihr eine Kur in Kusatsu von November bis Januar 1936. Omiya schlug ihr auch vor, mit einem Restaurant finanziell unabhängig zu werden und empfahl ihr, zuvor eine Lehre zu absolvieren. Am 1. Februar 1936 begann Sada schließlich eine Lehre im Yoshida-Yah, einem Aal-Restaurant, das in den 20er Jahren von Ishida Kishiso im Tokio-Tar Bezirk Nakano gegründet worden war. Ishida galt als Schützenjäger und so soll das Restaurant hauptsächlich von seiner Frau geführt worden sein. Er machte Sada Avancen und da Omiya sie angeblich nicht sexuell befriedigen konnte, soll sie nachgegeben haben. Am 23. April 1936 trafen sie sich zu einem kurzen Liebesabenteuer in Shibuya, in einem Mahiai, dem damaligen Gegenstück der heutigen Love Hotels, eine besondere Art des Stundenhotels in Japan getroffen haben. Dort sollen sie vier Tage im Bett verbracht haben. In der Nacht des 27. April 1936 zogen sie in ein anderes Mahiai, um ihr Liebesabenteuer fortzusetzen. Die Anwesenheit einer singenden Geisha oder des Personals, das ihre Getränke nachfüllte, machte ihnen dabei nichts aus. Die nächste Station ihres Liebesmarathons lag im Viertel Ogu. Ishida kehrte erst am Morgen des 8. Mai 1936 in sein Restaurant zurück. Nachdem sie sich getrennt hatten, wurde Sada eifersüchtig und begann zu trinken. Sie behauptete später, dass sie mit Ishida das erste Mal die Liebe in ihrem Leben kennengelernt habe und der Gedanke, dass Ishida wieder bei seiner Frau sei, machte sie wahnsinnig eifersüchtig. Bereits eine Woche vor dem Mord gibt es Hinweise, dass sie über die Tat nachgedacht hatte. Am 9. Mai 1936 besuchte sie ein Theaterstück, in dem eine Geisha ihren Geliebten mit einem Messer angriff. Zwei Tage später verpfändete sie einen Teil ihrer Sachen, um Sushi und ein Küchenmesser kaufen zu können. Ishida und Sada trafen sie schließlich wieder in Ogu. Während des Liebesaktes legte Sada das Messer an sein Genital an und sagte, sie werde sicherstellen, dass er ihr nie und treu werden könne, was Ishida mit einem Lachen erwidert haben soll. An diesem Abend passierte jedoch nichts weiteres. Doch nach zwei weiteren Tagen des intensiven Geschlechtsverkehrs begann Sada ihn zu würgen. Ishida soll sie dazu animiert haben, da es seinen Höhepunkt steigerte und auch er soll sie gewürgt haben. Am Abend des 16. Mai benutzt sie dazu ihren Ubi, um Ishidas Atmung während des Höhepunktes zu unterbrechen. Sie wiederholten dies noch weitere zwei Stunden lang. Schließlich verzehrte sich Ishidas Gesicht voller Schmerzen und da die Schmerzen anhielten, soll Ishida 30 Tabletten des Beruhigungsmittels Kalmutin eingenommen haben, um zu versuchen, seine Schmerzen zu lindern. Als er langsam schläfrig wurde, soll er zu Sada gesagt haben, du wirst den Ubi wieder um meinen Hals legen und abschnüren, wenn ich schlafe, oder? Wenn du anfängst, höre nicht auf, weil das danach zu schmerzhaft ist. Sada sagte später hierzu aus, dass sie sich gefragt habe, ob er gewollt hätte, dass sie ihn tötete, oder ob es nur ein makaberer Scherz von ihm gewesen sei. Nun, ob sie es nun als Aufforderung sah oder aus eigenem Antrieb handelte, nicht nur meiner Meinung nach, wohl eher zweiteres, gegen zwei Uhr morgens am 18. Mai, als Ishida schlief, wickelte Sada ihren Ubi zweimal um seinen Hals und würgte ihn zu Tode. Nachdem sie mehrere Stunden neben seinem leblosen Körper gelegen hatte, tat sie etwas Unvorstellbares. Mit einem Messer trennte sie seine Genitalien ab, wickelte sie in eine Zeitschrift und bewahrte sie bei sich auf, bis zu ihrer Verhaftung drei Tage später. Mit dem Blut schrieb sie auf Ishidas linken Schenkel und das Bettlaken Sada, Ishida, no, Kichi, futari, kiri, was bedeutet Sada, Ishida, Kichi zusammen und ritzte ihren eigenen Namen in seinen linken Arm. Danach zog sie sich seine Unterwäsche an und verließ den Ort um 8 Uhr morgens. Auf dem Weg hinaus bat sie das Personal, Ishida nicht zu stören. Auf die Frage, warum sie seine Genitalien abgetrennt und mitgenommen habe, antwortete sie später, weil ich nicht seinen Kopf oder Körper mit mir nehmen konnte. Ich wollte den Teil mit mir nehmen, der mir die lebhaftesten Erinnerungen brachte. Nach dem Verlassen des Tatortes traf sich Sada mit Omiya und bat ihn mehrfach um Entschuldigung. Er dachte, es gehe darum, dass sie ihn betrogen habe, wobei sie tatsächlich um Verzeihung dafür bat, seine politische Karriere zu zerstören, bevor sie wirklich beginnen konnte. Sie sollte damit auch Recht behalten, denn ab dem 19. Mai begannen die Zeitungen mit der Berichterstattung. Omiyas Karriere war ruiniert. Von diesem Zeitpunkt an stand sein Leben und natürlich auch das von Sada unter intensiver öffentlicher Beobachtung. Nach der Tat blieb Sada erst einmal unauffindbar. Ihre Tat wurde in der Zwischenzeit zu einer nationalen Sensation und die resultierende Hysterie wurde Abe-Sada-Panik genannt, in Anspielung auf den erst kürzlich gescheiterten Putschversuch in Tokio, der Nini-Roku-Vorfall vom 26. Februar. Die Medien stilisierten Sada zu einer grausamen Sexualverbrecherin, die mit ihrem Messer auf Jagd sei. Die Polizei erhielt Meldungen von Sada-Sichtungen aus verschiedenen Städten, wobei fast eine Massenpanik in Ginza ausgelöst wurde und zu einem großen Verkehrsstau führte. Tatsächlich verbrachte Sada den 19. Mai damit, dass sie zuerst einkaufen ging und sich dann einen Film ansah. Am 20. Mai übernachtete sie in einem Gasthaus in Shinagawa, wo sie sich massieren ließ und drei Flaschen Bier trank. Zudem schrieb sie Abschiedsbriefe an Omiya, eine Freundin und auch an Ishida. Sie plante, Selbstmord zu begehen und praktizierte Necrophilie. Achtung, an dieser Stelle wird es sehr plastisch, da ich Sadas Worte wiedergeben werde. Bitte eine Minute vorspielen, wenn ihr das Folgende nicht hören könnt. Sada sagte hierzu, ich fühlte mich verbunden zu Ishidas Genital und dachte, dass ich erst, nachdem ich mich von ihm verabschiedet hätte, ruhig sterben könnte. Ich packte ihn aus der Zeitung aus und starrte seine Genitalien an. Ich steckte seinen P-Punkt in meinen Mund und versuchte es sogar in mich hineinzustecken. Es hat jedoch nicht funktioniert, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Dann beschloss ich, nach Osaka zu fliehen, mit Ishidas P-Punkt bei mir. Am Ende würde ich mich von einer Klippe auf Mont Ikoma stürzen, während ich seinen P-Punkt festhalte. Gegen 4 Uhr nachmittags wurden Polizeibeamte misstrauisch gegenüber dem Decknamen, unter dem sich Sada in dem Gasthaus registriert hatte. Sie betraten ihr Zimmer. Sada begrüßte die Beamten mit den Worten, seid nicht so förmlich, ihr sucht nach Sada Abe, oder? Nun, das bin ich. Ich bin Sada Abe. Als die Polizei sich nicht überzeugt zeigte, präsentierte sie Ishidas Genitalien als Beweis. Bei ihrer Verhaftung lächelte Sada. Auch später hatte sie immer ein Lächeln für die Kameras übrig. Sada wurde verhaftet und intensiv verhört. Der Vernehmungsbeamte fragte schließlich, warum sie Ishida getötet habe. Ihre Antwort war, ich habe ihn so geliebt, ich wollte ihn ganz für mich allein. Da wir aber keine Eheleute waren, konnte er von einer anderen Frau umarmt werden. Ich wusste, dass wenn ich ihn tötete, keine andere Frau ihn jemals wieder berühren könnte. Also tötete ich ihn. Als die Details des Verbrechens öffentlich gemacht wurden, begannen Gerüchte, um die außergewöhnliche Größe des Gliedes von Ishida die Runde zu machen, was jedoch von einem Polizisten und Sada dementiert wurden. Makaber aber war, seine Geschlechtsteile wurden in das Pathologische Museum der Medizinischen Fakultät der Universität Tokio gebracht, wo sie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ausgestellt wurden. Danach verschwanden sie spurlos. Sadas Gerichtsverfahren begann am 25. November 1936 und schon um 5 Uhr morgens bildeten sich Schlangen vor dem Gerichtsgebäude. Der Richter gab an, von einigen Details sexuell erregt worden zu sein, sorgte aber für die seriöse Durchführung des Verfahrens. Sadas Plädoyer vor dem Urteilsspruch begann mit Was ich am meisten an diesem Vorfall bedauere, ist, dass ich als eine Art sexuelle Perverse missverstanden werde. Es gab in meinem Leben keinen Mann wie Ishida. Es gab Männer, die ich mochte und mit denen ich auch ohne Geld zu verlangen geschlafen habe. Aber für keinen fühlte ich wie gegenüber ihm. Am 21. Dezember wurde Sada wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz und der Leichenschändung zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilt, obwohl die Staatsanwaltschaft zehn Jahre gefordert hatte und Sada für sich selbst sogar die Todesstrafe wünschte. Sie kam in die Frauenstrafvollzugsanstalt Toshiki. Am 10. November 1940 erhielt sie anlässlich des 2600-jährigen Jubiläums der Reichsgründung durch den mythologischen Kaiser Jimu eine Strafminderung und wurde genau fünf Jahre nach dem Mord am 17. Mai 1941 freigelassen. Nach ihrer Freilassung nahm Sada ein Pseudonym an. Als Geliebte eines ernsthaften Mannes, den sie in ihren Memoiren als Y bezeichnete, zog sie zuerst in der Präfektur Ibaraki und dann in die Präfektur Saitama. Als Y und dessen Umfeld ihre wahre Identität erfuhren, zerbrach jedoch die Beziehung. Das polizeiliche Protokoll von Sadas Verhör und das Geständnis wurden 1936 zu einem nationalen Bestseller. Einige Zeit später ermuntete die Regierung Yoshida offen eine Politik der 3S, was meinte Sport, Screen, Sex, um die öffentliche Aufmerksamkeit von der Politik und der Kritik an den Besatzungsbehörden abzulenken. Dies stellte eine Abkehr von der strengen Vorkriegszensur von obszönen und unmoralischem Material dar und führte zu einer Änderung der Literatur über Sada. So stellten Vorkriegsschriften wie die psychoanalytische Diagnose von Abel Sada von 1937 sie als Beispiel der ungezügelten weiblichen Sexualität und deren Gefahren für das patriarchalische System dar. In der Nachkriegszeit behandelte man sie als Kritikerin des Totalitarismus und Symbol der Freiheit von unterdrückten politischen Ideologien. So wurde Sada zu einem beliebten Gegenstand der hoch- und populärer Literatur. Es erschienen zahlreiche Schriften, die auf ihre Geschichte basierten. Auch Sada selbst schlug Kapital aus ihrer Bekanntheit, indem sie sich von einem populären Magazin interviewen ließ und mehrere Jahre lang in einer Wanderbühnenproduktion auftrat. Ab 1952 kellnerte sie 20 Jahre lang in einer Arbeiterkneipe im Zentrum Tokios, wobei sie von der örtlichen Restaurantvereinigung auch als Modellangestellte ausgezeichnet wurde. Auch jahrzehntelang nach dem Vorfall und ihrem Rückzug aus dem öffentlichen Leben zog sie weiterhin das öffentliche Interesse auf sich. Neben dem Dokumentarfilm, in dem sie von ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit auftrat, erschienen drei erfolgreiche Verfilmungen ihrer Geschichte. Als der Film im Reich der Sinne Mitte der 1970er geplant wurde, fand der Ressische Oshima Nagisa sie nach einiger Zeit der Suche mit geschorenem Haar in einem Nonnenkloster in Kansai. Bekannt ist nur, dass Sada nach 1970 gestorben sein musste. Das genaue Todesdatum konnte ich nicht finden. Fest steht, auch Jahrzehnte nach ihrem Tod, inspirierte sie ihre morbide Geschichte zu Filmen, Mangas und sogar Musiker. Viel zu viel, um hier alles einzeln aufführen zu können. Nun sind wir auch heute am Ende angelangt. Ein sehr makabrer und verstörender Fall, wie ich finde. Es hieß ja, sie soll aus Liebe und nicht aus Eifersucht gehandelt haben. Es fällt mir etwas schwer, das so nachzuvollziehen, dass sie selbst ja sagte, sie wolle nicht, dass eine andere Frau ihn haben könne, es solle ihr gehören. Ich verstehe auch nicht die milde Strafe. Vieles deutet darauf hin, dass Ishida starb, als er schlief, also eben nicht während des Liebesspiels. Und doch hat sie nur eine sehr milde Strafe bekommen, wie ich finde. Puh, was denkt ihr über diesen Fall? Kanntet ihr ihn schon? Lasst mich gerne in den Kommentaren an euren Gedanken teilhaben. Nun am Ende bedanke ich mich für eure Zeit. Und hoffe bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020